Möchtest du während deiner Ausbildungsplatzsuche nicht immer selbst suchen, sondern auch mal von Betrieben gefunden werden, dann nutze das Online-Portal Azubi-Suche. Klick hier zum Einloggen. Der erste Login läuft in drei Schritten ab. Erstens, Benutzername und Passwort eingeben. Dieses erste Passwort bekommst du zum Beispiel in der Schule. Falls du eine Bildungsmaßnahme besuchst, bekommst du es von der Person, die dich dort betreut. Also, Benutzername und Passwort eingeben, die Eingabe mit einem Klick auf Absenden bestätigen. Zweitens, lege ein persönliches Passwort fest. Bitte denk dir ein neues und sichereres Passwort aus. Wenn das Passwort zu unsicher ist, zeigt dir das System, welche Arten von Zeichen du im nächsten Versuch einbauen solltest. Drittens, geschafft! Melde dich mit deinem Benutzernamen und dem neuen Passwort an. Das ist übrigens alles, was du bei weiteren Logins brauchen wirst. Auf der Benutzeroberfläche deines persönlichen Accounts sind bei den Überschriften verschiedene Funktionen hinterlegt. Wir schauen uns erst die Erstellung deines Profils an, später die anderen Funktionen. Klick also unter Profil auf Bearbeiten. Diese Felder füllst du mit deinen persönlichen Informationen. Dabei gibt es freie Textfelder oder Dropdown-Menüs, bei denen du die passende Antwort auswählen kannst. Es werden Daten abgefragt, wie sie auch in einem Lebenslauf benötigt werden, zum Beispiel deine Kontaktdaten oder wann du welche Schule besucht hast. An einigen Stellen siehst du dieses Info-Symbol. Halte die Maus darüber, um die zusätzlichen Infos zu sehen. Bei einigen Themengebieten, wie Schullaufbahn und Praktika, kannst du über Hinzufügen mehrere Angaben machen. Bei meine Stärken erscheint über alle Einblenden eine Liste von Eigenschaften, die du für dich bewerten sollst. Es geht um die Selbsteinschätzung, wie gut diese Eigenschaften bei dir ausgeprägt sind. Solltest du ein Wort nicht verstehen, lies über das I neben dem Wort mehrere Beschreibungen dafür durch. Nachdem du alle Einschätzungen vorgenommen hast, klicke drei Stärken an, die in deinem Profil oder Steckbrief später online zu sehen sein sollen. Vervollständige die restlichen Angaben zu Sprachen, Computerkenntnissen, Führerschein und Hobbys. In diesem freien Textfeld hast du die Möglichkeit, dich selbst zu präsentieren. Überzeuge deinen zukünftigen Arbeitgeber bzw. deine zukünftige Arbeitgeberin von dir und davon, warum sie gerade dich für die angestrebte Ausbildung auswählen sollten. Schreibe mehrere Sätze dazu. Mit einem Bild von dir kannst du deine Chancen erhöhen, ausgewählt zu werden. Es ist keine Pflicht, doch wesentlich sympathischer, wenn ein freundliches Gesicht den Steckbrief schmückt. Achte darauf, dass dein Gesicht gut zu sehen ist, der Hintergrund einfarbig und du neutrale Kleidung trägst. Fotografen können dich an dieser Stelle gut beraten. Bald hast du es geschafft. Dein Steckbrief kann erst von Betrieben gesichtet werden, wenn du dich damit einverstanden erklärst. Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, setze dafür drei Häkchen. Mit einem Klick auf das Wort Datenschutzerklärung kannst du sie nachlesen und dann die Häkchen setzen. Bist du unter 16, wende dich an deine Ansprechperson. Nun der letzte Schritt. Speichere deine Eingaben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Speichern und Schließen oder Speichern und zur Freigabe. Das wählst du, wenn dein Steckbrief noch nicht vollständig ist und gespeichert werden soll, damit du ihn weiter bearbeiten kannst und er noch nicht von Betrieben gesehen werden kann. Hier klickst du, wenn dein Steckbrief vollständig ist und die Sicht für die Betriebe freigegeben werden soll. Nach diesem Klick erscheint dein fertiger Steckbrief, so wie die Betriebe ihn sehen können. Danach zurück zum Profil und Speichern und Schließen. Zurück auf der Benutzeroberfläche zeigen wir dir noch zwei Funktionen. Das System erstellt nicht nur einen Steckbrief, sondern auch einen Lebenslauf, den du jederzeit als PDF downloaden kannst. Du kannst zwischen zwei Layouts wählen. Hier ist das Feld für den Download. Auch das Postfach ist wichtig. Schau immer mal wieder rein. Hier findest du Nachrichten von Betrieben, die Interesse an dir als Azubi haben. Klick Messenger an. Öffne damit dein Postfach. Um eine Nachricht zu lesen, klick sie an. Um der Ansprechperson des Betriebs zu antworten, auf Mitteilung beantworten gehen. Du wirst übrigens nicht nur über den Messenger benachrichtigt, sondern bekommst auch eine SMS an dein Mobiltelefon, die dich daran erinnert, dass du eine Nachricht von einem interessierten Betrieb erhalten hast. Über das Lockout-Feld kannst du dich aus der Azubi-Suche auslocken. Noch ein Fenster, noch mal auf Lockout klicken. Jetzt bist du ausgelockt. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Online-Portal und viel Erfolg bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.